Ich bin schwach. Und ich bin ein Versager. Das lässt sich einfach nicht leugnen. In nicht mehr allzu langer Zeit werde ich sterben. Vielleicht in 20 Jahren. Vielleicht schon morgen. Es spielt keine Rolle. Wenn ich gestorben bin und nach und nach alle, die mich kannten, wird es so sein, als habe ich nie existiert. Welche Bedeutung hatte mein Leben für irgendjemanden? Mir fällt keine ein. Nicht die geringste. Ich hoffe, bei dir läuft alles gut. Mit freundlichen Grüßen. Dein Warren Schmidt. Von der Dr���eredten. Da sind alle, dass sich ein bisschen reinsteigert haben. Ich habe drei einen Glade aufgemacht. Ich mache drei lange ein, was ich scharpe. Wir müssen einen Lieferstag an. Komm schon mal an! Ich mache das. Ich mache das. Er erinnere mich für alle. Ich muss mal an. Lieber Mr. Warren Schmidt, mein Name ist Schwester Nadine Gauthier, vom Orden der Schwestern des Heiligen Erzens. Ich arbeite in einem kleinen Dorf nahe der Stadt Mbeya in Tansania. Eines der Kinder, die ich betreue, ist der kleinen Dugo Umbu, den sie unterstützen. Dugo ist ein sehr kluger und besonders liebenswerter Junge. Er ist ein weisen Kind. Kürzlich musste er wegen einer Augeninfektion Medizin nicht behandelt werden, aber es geht ihm schon wieder gut. Er riecht sehr gern Melone und malt mit viel Begeisterung. Dugo und ich möchten, dass sie wissen, dass er all ihre Briefe erhält. Er hofft, dass ihr Leben schön ist und sie gesund sind. Er denkt jeden Tag an sie und ihr Glück liegt ihm sehr am Herzen. Mdugo ist erst sechs Jahre alt und kann noch nicht lesen und schreiben, aber er hat ein Bild für sie gemalt. Er hofft, dass ihnen sein Bild gefällt. Mit freundlichen Grüßen, Schwester Nadine Gauthier. Jusquester Nadine Gauthier. Jusquester Nadine Gauthier. Ich bin froh. Das war's für heute. Das war's für heute.